Der Chef von den Ratten hat uns die Quest gegeben, der Polizistin zu helfen, weil die uns in die Basis von der bösen Firma bringt. Die haben die liebevoll als Polizistin Popo bezeichnet. Ich habe mich noch gefragt, warum. Ich glaube, ich weiß aber warum. Ja. 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 Ich werde. Ich werde sie touchieren. Und ich werde sie verletzen. Mit Ihrer Hilfe, natürlich. Huh? Nein, nicht Evo-Way. Sie sind nicht die einzige große, roten Banane in der BUNCH. Ein guter Politiker nimmt bribes, in exchange für illegale Verpflichtungen. Er hat einen Schädel verletzt, und er hat jetzt überlegt, die construktion von einem Casino in seinem Haus. Er hat Freunde in einer Polizei. Ich würde meinen Job verlieren, wenn ich ihn direkt verletze. Aber, wenn du ihn hier bringst... Na ja, lass uns nur sagen, Officer R. Ich zeige ihm, wie ein hilfreicher Hund fühlt. Das erinnert mich an... Ist das Scary Movie? 2 oder 3? Wo die, ähm... Wo die mit... Wo einer von den Hauptcharakterinnen mit dem Sport... Mit der Sportlehrerin spricht. Die ja ein Mann ist. Wo dann aus dem Rock, beziehungsweise aus dem Slip, äh, zwei Argumente raushängen. Ich glaube, das ist irgendein Scary Movie. An die Szene muss ich jetzt tatsächlich denken. Das ist keine gesunde Lebenseinstellung, dass man darüber nachdenken muss. Hot Dogs, Hot Dogs, yum, yum, yum. Ja. Oh nein, bitte nicht! Bilder aus dem Kopf! Zu spät. Zu spät. Zu spät. Viel zu spät. Ähm... Wir müssen da rauf. Das war Miss Man. Ja, Miss Man! Hey, this is a restricted area! Get out of here! Pff! Oh, how I simply adore watching people work under me. Oh! Wait, what's going on down there? No, I hate bugs. Take him out, boys! Or I'll cancel all of your visas. Okay, pal! I'll wait for you down here! Go and take care of that asshole! Oh, man! Ich hätte vorher heilen sollen. Ei, ei, ei! Was ist das hier? Kampf gegen die Bauarbeiter. Können wir das schaffen? Juhu, wir schaffen das! Zum Glück sind wir der Karate Obdachlose offensichtlich. Äh... Wie viele Gegner sind das? Junge, Junge, Junge. Äh... Sehr viele. Sehr viele. Aber wie weit, äh... Wie weit seid ihr bei Final Fantasy 15? Let's sing my YMCA! Ja, wir hatten jetzt schon Polizisten. Jetzt sind wir bei Bauarbeitern. Jetzt fehlt noch ein, ähm... Ein Cowboy. Und ein... Ich weiß gar nicht mehr, was war der letzte? Es waren ja vier. Polizist, Cowboy, Indianer. Der fehlt auch noch. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Tmm. Jetzt hier rauf. Ah, da ist die Treppe. Äh, so. So. Wir können ja einen mitnehmen als Schild. Wir haben ein Schild. Aha, oh Gott. Yes, Stufe 13. Hä? Was war das jetzt für ein Aufstehen? Dracula ist ein Witz dagegen. Wie er gerade aufgestanden ist. Äh, noch eins drauf? Ach, jetzt werden wir überzingelt oder wie? Ja, also, man merkt, das Spiel ist nicht wirklich schwer. Tatsächlich ist es relativ simpel. Hörst du mich? Geh weg von mir, du schuldige Pug. Äh. Die Polizei sind auf ihrem Weg. Wir haben keine Zeit, um zu verlieren. Geh weg! Ruhig, schau ihn auf mich und wir fliegen. Wee. Äh, da raus. Einfach ignorieren, was hier passiert, offensichtlich. Dafür, dass das echt ein ganz, ein sehr simples Spiel ist, macht das so viele gut inszenierte Witze in alle Richtungen. Dann, äh, bringen wir den Freund mal zu der netten Polizistin, Schrägstrich. Äh. Miss Mann. Wir wollen ja hier kein Gender Assumen oder sonst was, also. Für der netten Person. Das reicht, glaube ich. So, jetzt darfst du mit dem machen, was du möchtest. Good job. You made the world a better place. When the time comes, I'll gladly help you get inside the evil way building. Also, it's nice to know that I'm not the only one fighting the good fight. If punishing criminals excites you as much as it excites me, then come pay me a visit sometime. I might have something fun to do for both of us. Justitia? Oh, je. Okay, was leveln wir jetzt? Ich bin langsam überfragt, was ich noch leveln möchte. Äh, dann nehmen wir das. Das wird, dann wird's noch einfacher, den Hunger und Durst zu stillen. Hä? Offensichtlich ist das Verkaufssymbol genau unter ihr. Das macht keinen Sinn. So, einmal essen. Welcome to Ultimate Burger, home of the Ultimate Burger. Dazu sage ich mal GG und gute Nacht, bis die Tage. Äh, ja, vielen, vielen Dank auf uns reinschauen, Rob. Und ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Genieß dein Wochenende. Mmh, lecker. Da ist was zum Freischalten. Ja, wir sind ein bisschen stark geworden im Kämpfen. Holz mitnehmen. Ja, brauchen wir. So, wie wir die Scavengers brauchen. Jetzt gucken wir mal. Also T ist die Ratte. R ist der Reiche. Und eine Polizeimission haben wir gerade noch nicht. Die Autos kann man tatsächlich nicht hauen. Nicht so, dass es jemanden interessiert. Ich glaube, wir haben schon genug Spaß gehabt. Wir sollten zurück auf die Ratten schauen und sehen, wie der Plan kommt. So, dann gehen wir mal zu den Ratten und gucken. Also wir sollten der Polizistin helfen, um in den Keller zu kommen. Oh, ein Sprengbrunnen. Und Sprengbrunnen. Nach Müll. Braucht du sowas? No. Touch my Sausage. Nein, ich werde deine Sausage nicht anpacken. Und auch nicht dein Bun. Nicht heute. Hä? Der Winkel war das Problem anscheinend. Ach komm schon. Jetzt müssen wir außen rum rennen, oder wie? Mist. Hallo Freunde. Also die Fähigkeit schneller hauen. Und stärkere Schläge ist schon ein bisschen stark. Das war daneben. Das war daneben. So. Gut. Die Ratten. Äh, wir müssen ja wieder runter, ne? Ja. Links, rechts. Äh, ich glaube hier rum ist schneller. Da. Da. Bisschen Guano wieder mitnehmen. Aubergine-Samen. Wieder. Hallo. Ach, wie geht's dir? Der Mother said you totally helped that Lady Popo. Was ist sie nice? Ich meine, like, do you like girls with a big body and tough personality? Or do you prefer smaller girls? Perhaps little on the fairy side? Grunde genommen stehst du auf Miss Man oder auf eine Ratte. Die Rache des Hotdog-Mannes. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was kann der Hotdog-Mann denn... Was muss man einem Hotdog-Mann tatsächlich antun, damit der Rache üben will? Äh, am Strand? Ach, da oben. Hat jemand so eine Brötchen nass gemacht. Kommst du mit, Kat? Karol, das kann. Der hat sich ja eingesperrt. Nee, hat er nicht. Eigentlich habe ich ein gutes Gefühl über ihn. Jeder, der Hotdog-Mann verkauft, muss eine gute Person sein. Ich bin sicher, dass er so nett und freundlich sein wird. Keramik, äh... Was heißt seltene Gegenstände? Du verkaufst den gleichen Scheiß wie immer. Hauptsache, der zählt was davon, dass der seltene Materialien verkauft. Er verkauft den gleichen Kram, den es einfach nur gibt. Ich dachte, hier gibt es doch irgendwas Seltenes, was ihr einfach noch nicht gefunden habt. Wie viel das denn? Ach, der Hotdog-Mann. Der Einzige, der ein Kostüm trägt. Kommt zwischen 10 Uhr morgens und 3 Uhr nachmittags wieder. Na komm mit, mein Freund. Wir gehen auf eine Reise. Polizist. Kacke. Kann ich das machen, was ich machen wollte? Weil ein Polizist ja auf dem... Hier ist. Dann nehmen wir halt die Feder da links mit. Vandalismus. Anarchie. Rebellion. Meuterei. Achso, den kann ich nur ausräumen. Flip-Flop. Kaufe Diggs-Eiscreme. Du weißt, dass du es willst. Ach, das klingt so herrlich falsch. Das klingt so herrlich falsch. Jetzt sind sogar zwei hier drauf. Ich weiß, dass du das nicht mitmachen kannst, oder? Hey, ich habe gesehen, was du da gemacht hast. Geh woanders hin. Jetzt. Ich werde jetzt mitmachen, wenn du nicht liegst. Was denkst du, was du machst? Betteln. Ich weiß, dass ich es nicht mehr machen kann. Ich bin glücklich, dass du dir helfen kannst. Einmal, zweimal. Get your lazy ass out of my face. Hm. Hallo, Officer. Officer Skin. Hallo. Nein, ich will nicht nur Geld. Riech doch mal an den Becher. Guck mal, der riecht richtig gut. Don't make me force you out of here. Alle so unkooperativ. Na sie. Hört sich das? Hört sich das, wenn ich sie anschaue. Das juckt ihn gar nicht. Geh bother sich jemand anderes. Wenn ich jetzt nicht... Kann ich mich hinhocken? Nö. Nö. Das geht alles nicht. Lass mich allein. Das juckt die echt gar nicht. Null Komma gar nicht. Hier, das ist Fanservice, Onlyfans und so. Ja. Weiter gehen. Das Geräusch, Bob. Also Wasser ist hier eher optischer Natur. Hat keinen wirklichen Speck. 10 Uhr morgens. Dann betteln wir bis dahin ein bisschen. Dann betteln wir bis dahin ein bisschen. Dann betteln wir bis dahin ein bisschen. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, ich möchte zurück zur Familie. Ich brauche 1000 Euro. Definitiv. Hier, gut Glück. Eigentlich könnte man auch draufschreiben. Ähm. Oh. Geld. Tür. Alles. Ach, das ist so ein Dreck. Wenn man die Kamera so wechselt, dann verschiebt sich der Punkt so ein bisschen komisch. Hält. Eich. Das steht ja. Eich. Kax. Kax. Dann machen wir hier noch ein Spive House hin. Einfach so. Hmm. Dann machen wir mal hier Dope hin. Bin mal gespannt, ob der gleich wieder eine andere Note hat. Wir hatten eben einen Abfluss. Ich habe nur keine Ahnung, wie er das berechnet. Ähm. Ähm. DLS. Super. Ich würde ja gerne überall Drogen hinschreiben, also Drogennamen hinschreiben, aber ich kenne leider nicht genug Drogennamen. Weil es gibt bestimmt eine Droge, die mit D anfängt, eine, die mit R anfängt. Das kann ich mir zuerst vorstellen. Nehmen aber auch Euro. Äh. Wir nehmen auch Yen. Äh. Wie war das nochmal? Yen war, glaube ich, ein Y mit zwei Strichen, ne? Ähm. Ähm. Britische Fund. Ah, das war dieses komische... L. Wie war das nochmal? Weiß ich gerade nicht mehr. Herz. Und hier. Eine Spritze. Ein E. Äh. E. Wie berechnet der das? Was ist denn, wenn wir einfach... viel drauf haben? E, ich hatte eh mal eine A plus. Ah, schon krasser Unterschied. This is perfect. A masterpiece. Was? Ich weiß, dass sowas wie Pollock ja in ist, ne? Aber was? Hier, ich hab Kunst. Guck mal, Kunst. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich kann mehr. Also wir sprechen genauso wie die Hexe bei Banjo und Kazooie. Nicht heute, sorry. Was ist... Was denkst du, du machst? Der hat mir kein Geld gegeben. Unverschämt, Altney. Das ist so eine... Die Entwickler von dem Spiel, die sind, äh, speziell. Was? Du hast gerade gesagt, du hast nichts an dir. Bist du dir da sicher? Hä? Hä? Jetzt bist du nicht mal so stark, wa? Das Leben auf der Straße. Immer diese reichen Jungs. Äh, es ist Jesus. Guck mal, wie der aus dem Wasser kommt da hinten. Wie der Terminator. Aber kann immer Menschen da drauflegen. Auto-Unfall. Au. Okay, das sah jetzt wirklich fies aus. Und die fahren einfach drüber. Äh. 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 Hauptsache dem Polizisten juckt das auch gar nicht. Überhaupt nicht. Oh, je. Oh, je. Wie erst mal was Pizza. Ciao, Bella. Ja, es ist Pizza-Time. Ja, es ist Pizza-Time. Oh, 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 es ist Pizza-Time. Die sieht sogar tatsächlich echt lecker aus. Also, ein bisschen so. Danke. Komm zurück und hab' ihr hungry. Okay, was passiert? Komm, auf die Straße mit dir. Wuh. So, wir müssen mal wissen, was passiert, wenn das... Wenn das vor die Autos kommt. Das ist unspektakulär. Es ist ein Roll-Rider, ein Papa-Car. Äh. Ich war das nicht. Oder vielleicht auch? Jetzt hängt er da oben fest. Und dreht sich weiter. Ich muss sagen, das war ein voller Erfolg. Komm, nochmal ein Auto, bitte. Ich kann ja auch vom Glück sagen, dass das hier keinen interessiert. Okay, wir haben 10 Uhr morgens. Long John's Hot Dogs. Ich kann ja auch von Hot Dogs so lustig, dass ich zumindest einen kriegekomme. Warte. Wir sind nicht lachen. Du bist nicht einer von ihnen. Aber diese riech, vertentlose Bastards. Die roosteren unter dem Sonnen. Während ich hier stehe. Das können wir ändern. Der ist ein bisschen crazy. Ich kann es sehen, dass ich es in deinen Augen sehen kann. Ich sage, wir kommen sie zurück. Hilf mir, dass sie sich nicht erinnert. Geh auf meine schmerzende Weenie-Maschine. Während ich hier stehen, mit diesem freien Hot Dogs-Sign. Das sollte viele Kunden bringen. Be sicher, dass sie genau das, was sie wollen wollen. Aber wenn jemand mir schreit, dann einfach noch ein paar meiner speziellen Sauce zu ihren Lieben. Äh, ich habe Angst. Die Tube ist weiß. Das ist eine weiße Tube. Ich, äh. Bitte schön. Wiedersehen. Hot Dogs. Schöne Hot Dogs. Heiß, knackig und lang. Oh, special sauce it is. Dein Leben tut es. Obst du noch, der hält sich aber die Eier fest beim Lachen. Ist das irgendwie ein Krankheitsbild? Sowas, weiß ich. Was hält es gern? Nichts da. Du kriegst Spezial-Sauce. Frisch gezapft von Hot Dog Man. Ich liebe die Eier fest. Ich liebe die Eier fest. Und wie schmeckt? Hm? Wie schmeckt Spezial-Sauce von, äh, Hot Dog Man? Mustard only, bitte. Mustard. Der war grün. Hm, grüner Senf. Lecker. Okay, ist eine Krankheit. Die breitet sich aus. Ist ansteckend. Dein Leben tut es. Dein Leben tut es. Ohne Senf. Dann kriegst du Ketchup und Spezial-Sauce. Ist ja frisch gemacht. Haus gemacht. Hand gemacht. Sie ist Haus und Hand gemacht. Ignorieren sie die Konsistenz. Und den Geruch. Mustard und Ketchup, bitte. Cool. Freie Hot Dog. Das sind alles Männer, ne? Das ist schon irgendwie komisch. Was hätten sie gern? Und jetzt Ketchup, bitte. Gut. Die Rache des Hot Dog Manns. Das Taxi ist immer noch da oben. Ah, ist das schön. Träumchen. Taxi auf Abwägen. Was ist mit euch passiert? Das war wieder mal. Also das war wirklich nicht ich. Komm her. Carl. Mit dir bin ich schnell unterwegs. I told you he turned out to be nice. We should tell the Rads that we've made a new friend. Ich bin schon wieder hingefahren. Super. Wir müssen und wollen wir eigentlich gar nicht hin. Wir müssen und wollen wir eigentlich gar nicht hin. was? Das war ein tolles Problem. Was? Was? Kann ich da auch rein? Sieht erst mal gut aus. Davon haben wir ihn noch. Wow. Hier gibt es einen riesigen Lego Stein. wir müssen auf die andere seite von dem gebäude an diese umwege jemand gehen muss die tür ist offen machen wir die mal wieder fertig damit haben wir auch wieder einen punkt für eine verteidigung auch ganz praktisch müssen wir jetzt noch was machen wachsender appetit okay bescheiden ist halt dass wir immer rauf und runter rennen auf und runter auf und runter und fahrend wieder zurück fahrend wieder zurück ich geh mal was weiter dann schafft es karl da auch aus da ach so der hat kein hinterreifen das ist auch so was passiert das wirklich und ich habe mich immer gefragt kommen die mit dem wagenheber heben das auto hoch machen den reifen weg packen backsteine drunter und setzen ihn wieder ab ist es das prinzip was da passiert ja ja die 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 Oh, jetzt hat er es gejinxt. Er hat das Fatale gesagt. Er hat gesagt, dass es nicht noch verrückter sein kann. Das führt dazu, dass jetzt der Plan weiß, der Kuckuck was ist. Mal schauen, was wir klauen müssen. Ein Riesenkran. Ein Bagger. Äh. Da bist du. So lange der Plan, der eine Klamotten anhält. Oh Gott. Wir machen jetzt eine Riesentaube. Okay, also für Proteinshakes bin ich immer zu haben, aber... Ach, Popo ist ihre Abkürzung für Polizei. Nutze den Taubenstall, um deinen Taubnado auf das maximale Level aufzuwerten. Ah, das ist eine Herausforderung, die wir noch nicht haben. Okay. Also, wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sowieso sagen, dass es für heute sogar war... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018